So meine Freunde, Moin zusammen, grüße euch zu diesem Video, danke zu einschalten, herzlich willkommen, legen direkt mit der ersten Nachricht los, bei Twitter explodiert das Ganze heute ein bisschen, da geht nämlich der Hashtag Weidel bezüglich Dr. Alice Weidel von der AfD durch die Decke, hier gerade eben im Moment auf Twitter Trendplatz 2 und da gibt es offensichtlich vom NDR eine Recherche, die über drei Jahre hinweg, habe ich gelesen, gemacht wurde, Zitat, Golfurlaub auf Mallorca, Mietwagen und mehr, Alice Weidel hat nach Recherchen von NDR, WDR und die Zeit offenbar jahrelang von Zuwendungen eines Berliner Politikberaters profitiert, Weidel bestreitet die Vorwürfe, das ist ein ganz interessantes Thema, besonders interessant finde ich ist, dass man jetzt hier gut einen Monat vor der Bundestagswahl veröffentlicht, ja okay, Verzeihung, die haben natürlich hier drei Jahre exklusiv und natürlich ganz investigativ recherchiert, war das vielleicht sogar ähnlich, so wie man es 2017 vor der Wahl bei der Frau Alice Weidel gemacht hat, als man ja ihr nachweisen wollte, dass sie illegal eine Asylbewerberin in ihrem Zuhause angestellt hat als Pflegekraft, ja, das hat man versucht und rausgekommen ist, mein letzter Stand dazu war, dass sie die Frau gar nicht anmelden musste, weil in der Schweiz ist das halt so, dass man ein Freibetrag von x Euro ist und dann kannst du da jemanden bei dir zu Hause halt putzen lassen und einstellen, ja. Also verdächtiges Timing, was hier an der Tagesordnung ist, wir gucken uns das Ganze mal bei tagesschau.de an, ein problematisches Verhältnis, Berateraffäre der AfD wird das Ganze hier genannt und egal welche Zeitung du aufschlägst, das ist natürlich jetzt eine große pikante Story, die hier direkt versucht wird in die Medien Schlagzeilen reinzukriegen. Warum ich das jetzt so skeptisch sehe, da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal hier so die Vorwürfe, demnach will er Sachleistungen, dieser Herr, hier in Höhe von rund 10.000 Euro für Alice Weidel übernommen haben, nur einen Teil soll sie zurückgezahlt haben, es geht dabei um Mietwagen, Tablets und Smartphones, die Opitz Weidel zur Verfügung gestellt hatte. Manche dieser mutmaßlichen Zuwendungen könnte Weidel auch bei ihrer politischen Arbeit genutzt haben, andere hingegen waren privat. Hier geht es dann aber auch noch um einen Urlaub auf Mallorca oder eine Urlaubsreise auf Mallorca, Frau Alice Weidel hat ja eine Frau und dann auch die Kinder waren wohl dabei, da geht es um 3.500 Euro, um solche Sachen geht es jetzt hier. Also darf man jetzt auch nicht kleinreden oder runterspielen, das ist nicht meine Aufgabe, ich versuche das ja weiterhin neutral zu betrachten und frage mich aber auf der anderen Seite, Was ist mit dem öffentlich-rechtlichen, speziell jetzt hier NDR, WDR los und auch der Zeit? Wo sind die investigativen Berichte über Korruptionsskandale? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Korruptionsskandale, Maskendeals bezüglich CDU beispielsweise oder auch CSU. Wo sind die Berichte über die Cum-Ex-Affäre in der SPD? Wo sind die Berichte über die Elbphilharmonie, wie das Ganze abgelaufen ist? Kam auch nicht besonders viel oder auch gar nichts teilweise. Was ist bei den Grünen los gewesen in den letzten Monaten, letzten Jahren? Zahlreiche Fälschungen, Plagiate, gegebenenfalls ein erschlichenes Stipendium steht hier immer noch weiterhin im Raum, aber es passiert ja nichts. Wo ist dieser investigative Journalismus? Frau Weidel, mutmaßlich, wenn es denn so ist, bekommt hier Zuwendungen von 10.000 Euro und zahlt nicht alles zurück. Und der Öffentlich-Rechtliche explodiert und nimmt sich dem Thema an, als würde es nichts Wichtigeres auf diesem Planeten mehr geben. Da sehe ich für meinen Teil eine ganz klare, ungleiche Behandlung. Und das stößt mir negativ auf. Aber ihr könnt eure Meinung unten reinschreiben. Ja, die nächste Nachricht finde ich wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ich habe gerade gesucht, ich habe nicht irgendwie so ein Armbändchen oder ähnliches, um das jetzt hier plakativ auch noch so abzuziehen, sowas vorzuführen. Ich muss bei der Wortwahl natürlich jetzt hier bei diesem Thema wieder aufpassen. Wer mir bei Telegram folgt, wenn es noch nicht macht, gerne machen, unterhalb des Videos verlinkt. Hat das nämlich schon mitbekommen. Der Ferris hat es heute Mittag gepostet. Es geht nämlich um den Europapark, also so ein Freizeitpark, wo man halt schön was erleben kann. Und hier heißt es nämlich jetzt hier bei bw24.de Europapark. Armbänder in verschiedenen Farben unterscheiden zwischen G... und Getesteten. Ihr wisst, was ich meine. Sag mal, Leute, was geht hier ab? Mir läuft das eiskalt den Rücken runter. Hier heißt es von der Autorin Caroline Freitag, Zitat, Im Europapark Rust gelten neue C-Regeln. Eine neue Regelung irritiert, nett ausgedrückt, Europapark-Besucher allerdings. Armbändchen mit verschiedenen Farben. Im Netz löst die Aktion eine Kontroverse aus. Ja, das ist nett ausgedrückt dafür, dass man hier eine ganz klare Differenzierung der verschiedenen Besucher dieses Parks macht. Also da frage ich mich, wer unterstützt so etwas? Wer geht denn noch in solch einen Park, wenn hier wirklich so eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut wird? Im Endeffekt ist es sogar eine Dreiklassengesellschaft, weil ohne Test oder ohne irgendeines von diesen 3Gs kommt man ja gar nicht in den Park mehr rein. Also haben wir sogar eine Dreiklassengesellschaft. Wir unterscheiden zwischen gar nichts, also ganz normale Leute. Dann unterscheiden wir zwischen Leuten, die getestet oder genesen sind. Und dann die G... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die 3. Klasse. Und die 3. Klasse scheint wohl, so versucht es unserer Politik ja zu suggerieren, die Besten, die Übermenschen zu sein. Ich habe gestern Abend Gettaker geguckt. Das sind dann die genetisch Perfekten. Die sind dann wohl hier unerreichbar untouchables, was weiß ich. Also ich finde das einfach nur verrückt, was hier passiert. Das ist wieder mal eine Verschwörungstheorie, dass man auch äußerlich erkennen wird, wer es denn gemacht hat und wer nicht. Wieder eine wahr geworden. Als nächstes gibt es hier von C-Way eine ganz interessante Umfrage bezüglich dem Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet. Und so heißt es bei der Welt, Zitat, fast drei Viertel der Deutschen haben negative Meinung von Armin Laschet. Ja, wen soll das jetzt hier überraschen? Also wenn man sich so verhält, wie er es in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, ist das meiner Meinung nach keine Überraschung. Und es zeigt eigentlich auch nur, dass die CDU im Januar, glaube ich, war es ja, als er nominiert wurde als Kanzlerkandidat und sich das Präsidium der CDU ja dafür auch irgendwo mit entschlossen hat und die Delegierten dann auch abgestimmt haben. Aber man hat hier ganz bewussten Fehler gemacht und man hält an dieser falschen Entscheidung weiterhin fest, denn es hätte der genommen werden sollen, der in den Umfragen sehr weit vorne war und von der Bevölkerung auch schwierig akzeptiert wird, aber besser noch als ein Armin Laschet und definitiv für eine andere Politik steht. Ich weiß, ich stoße damit nicht auf viel Zustimmung, wenn ich jetzt zwei Kandidaten nenne, das ist einmal Friedrich Merz, ganz klar, aber man muss es ja vergleichen, zwischen schlecht und noch schlechter ist der wenig schlechte immer noch ein bisschen besser. Und das wäre meiner Meinung nach immer noch ein Friedrich Merz gewesen, gar keine Frage, auch wenn er sich in den letzten Monaten nicht mit Ruhm bekleckert hat, wie ich finde, wo er zahlreiche Aussagen getroffen hat, die ich so nicht unterzeichnen würde. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch noch, wie heißt er aus Bayern? Söder. Söder wäre natürlich die andere Alternative gewesen und da könnt ihr jetzt schreien, was ihr wollt. Ich glaube immer noch fest daran, Söder hat eine große Zustimmung in Bayern. Ja, da gibt es natürlich einige wie auch uns hier, die sagen, nee, sorry, aber so eine eiskalte, harte Hand, womit er da regiert und die harten Maßnahmen, die er auch letztes Jahr in Bayern hatte und nachweislich dennoch die höchsten Zahlen gehabt hat. Das funktioniert nicht, aber es gibt einige, die das wünschen. Es gibt einige, die sich das wünschen, die das möchten. Und das muss man Söder lassen. Er hat die Fähigkeit, politisch was durchzusetzen. Das haben wir in den Maßnahmen gesehen, ganz klar. Das hat kaum einer in dieser Bravour geschafft, außer Merkel jetzt auf Bundesebene gesehen. Und das ist es, glaube ich, was viele Leute sich wünschen, dass das mal einer ist, der mal auf den Tisch schaut. Das traut man dem Armin Laschet nicht zu. Bei einem Friedrich Merz schon er und bei einem Söder, der richtig knallhart um die Ecke kommt, auf jeden Fall. Und ich glaube, daher kommt halt immer noch sehr, sehr starke Zustimmung, die es bei ihm gibt. Ich weiß, wie gesagt gerade, ich weiß, dass da einige sind, die da absolut gegen sind und von ihm gar nichts mehr halten, besonders seit der letzten Situation jetzt hier aus den letzten anderthalb Jahren. Keine Frage. Aber meine Argumentation, die steht. Und ihr könnt ja eure Meinung zum Söder gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ja immer noch die Vermutung, es wird zeitlich knapp, es sind noch gut so circa vier, fünf Wochen bis zur Wahl. Aber ich könnte mir weiterhin noch vorstellen, dass Armin Laschet aus Gründen, welche auch immer, vielleicht irgendwie gesundheitlich irgendwie sowas wird dann vorgeschoben oder gesagt, dass er zurücktreten wird und dass dann Söder um die Ecke kommt. Dass dann Söder um die Ecke kommt, jetzt mache ich das oder soll ich meinen Gedanken äußern, dass eine Merkel um die Ecke kommt? Ja, ihr kriegt das ja nicht hin ohne mich. Ich mache nochmal vier Jahre für das Vaterland, für die liebe deutsche Bevölkerung. Wartet ab, Leute. So schnell werden wir die Frau nicht los. Also das lobt das noch nicht, dass die Frau jetzt durch ist, dass das Thema beendet ist. Das machen wir erst drei Kreuze, wenn sie wirklich weg ist. Und ich habe ja weiterhin, jetzt bin ich abgeschweift von Laschet auf die Merkel, aber das den Gedanken zu Ende ausgeführt. Ich glaube immer noch, sie wird auch dann nicht richtig in Rente gehen oder sowas. Die wird ein hohes Amt in der EU oder sonst wo bekleiden mit relativ viel Einfluss. Gerade die EU, das ist ja, also die Merkel war meiner Meinung nach 16 Jahre lang nie eine Kanzlerin für Deutschland in Deutschland, sondern sie war immer eine Kanzlerin für die Europäische Union. Und das auch auf massiven Schaden der deutschen Bevölkerung und des deutschen Landes, ganz klar. Mein Statement. Schreibt eure Meinung gerne zu den Themen unten rein. Freut mich sehr. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Lasst mal ein Abo, das ist da. Müssen wir an die 150.000 knacken, das wäre geil. In diesem Sinne, alles bleibt scheiße. Danke, bis zum nächsten und ciao.